auch online spielst du dragons treasure auf fünf walzen mit fünf gewinnlinien und genau wie in der spielhalle bestimmst du selber die höhe deines einsatz der sunmaker kannst du online mit echtem geld spielen natürlich kannst du dein gewinn auch hochdrücken auf der guten alten merkel risikola klick jetzt auf den link unter diesem video und besuche uns auf casinoverdiener.com